Oh, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Informationsvideo von mir. Ich bin Q-Rex, aber ihr könnt mich auch gerne iRex nennen, wenn ihr wollt. Nicht, weil ich jetzt zu Apple übergelaufen wäre, sondern weil ich euch eben mit ein paar Informationen ausstatten möchte, was die nächsten Tage und Wochen auf meinem Kanal betrifft. Erst einmal möchte ich mich bei euch entschuldigen, denn ich habe in der letzten Zeit viele Projekte gestartet, die ich jetzt leider nicht sofort beenden kann. Das heißt nicht, dass irgendwas abgebrochen wird, sondern nur, dass ich viel zu tun habe. Also einmal steht natürlich die Weihnachtszeit an und ich muss ein bisschen umherreisen, um meine Familie zu besuchen. Und auf der anderen Seite habe ich einen Umzug vor mir und das kostet eine ganze Menge Zeit und ich weiß noch nicht einmal, wann ich wieder Internet haben werde, um Videos hochladen zu können. Natürlich habe ich für die meisten Projekte, die ich habe, die ein oder andere Folge im Voraus aufgenommen und ich werde euch auch immer wieder mit weiteren Folgen ausstatten. Allerdings weiß ich nicht, wann ich das tun kann und vor allem, wann es wieder regelmäßig wird. Also bitte, seid mir nicht böse, wenn es in nächster Zeit ein paar Videos weniger sein werden. Ich komme auf jeden Fall wieder zu meiner alten Frequenz und meinem alten Programm zurück. Damit euch in der Zwischenzeit nicht langweilig wird, gebe ich euch noch eine Kleinigkeit mit auf den Weg. Ein schöner, starker, äußerst talentierter und bescheidener YouTube-Kollege von mir, Ihr dürft gerne erraten, wer das wohl sein könnte, hat mich darum gebeten, mal ein FAQ zu starten. Das bedeutet, ihr dürft mir gerne unterschiedliche Fragen zusenden, Dinge, die ihr vielleicht schon mal von mir wissen wolltet und ich werde diese Fragen sammeln und euch eine möglichst ehrliche Antwort darauf geben. Schreibt mir eure Fragen einfach direkt in die Kommentare oder schickt mir eine private Nachricht. Ich werde die dann sammeln und die häufigsten Fragen beantworten. Jetzt aber erstmal vielen Dank für eure bisherige Treue, vielen Dank für euer Verständnis, falls ihr welches dafür habt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns also nach dieser etwas schwierigen Zeit wiedersehen würden. Ich freue mich auch auf eure Fragen. Ich würde euch jetzt winken, wenn ich könnte, aber ich habe leider was? Ja, viel zu kurze Arbeit. Deswegen kann ich nur sagen Tschüss, schöne Weihnachtszeit und bis bald, liebe Leute.